Man merkt, das hat dich etwas angestrengt. Ja, das war wirklich anstrengend, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Aber jetzt spielen wir Squidlet, weil da ein Squid vorkommt. Das ist der einzige Grund, warum wir das spielen. Ein Kirby-Klon ist das? Das wusste ich gar nicht. Na gut, haben wir mal. Okay, das geht's. Hi Plip, I am the village wizard. Since my squidgery magic protects Blipston, I cannot go on adventures. So I have a quest for you. That castle yonder is super spooky. The lost Squidlet we sent, eh, the last Squidlet we sent, as a scout has not returned. You have been chosen to go next. Good luck. Squib ever forwards. Okay. Das strahlt sich ein bisschen komisch. Ah, man kann ja voll umspringen. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, man erkennt die Gegner gut. Ich erkenne nämlich die Hintergründe manchmal nicht so gut. Ah, hallo, ein Koch. Heya, Plip. I baked the muffins for your quest. Nosh one when you get hurt. You feel better. Here you go. Oh. I almost forgot. Now you'll find lots of muffins. Everywhere. Good luck. Ah, der hat jetzt muffins mit seinem Katapult geschossen, damit wir überall muffins finden, um uns zu heilen. Ich verstehe. Das hat der Vorschosser aus wie ein Kögel. Ah, okay. Ich hab's auch angezockt. Was ich finde, Mr. Tucker fand ich besser. Ja, das hat halt 99 Cent gekostet, als ich das gekauft hab. Deswegen hab ich's eigentlich mir geholt. Ähm. I live in this hole. Okay, na gut. Dann weiter, weiter in dem hole leben. Warum nicht? Doot, doot, doot. Growing Mushrooms. Doot, doot, doot. Hm. Oh, hi. Mushrooms are super numbers. Was? I dry them for selling rations. 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 Was sagt man denn Rationen? Rations. Rations? 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 Rations. Rations. Das ist, glaube ich. I've got a mushroom on my head. Ja. Läuft man hier die ganze Zeit nur rum und redet mit irgendwelchen Squids, die lustige Sachen machen? Okay. Okay. Nerb nerb nerb. Nerb noodle nerb. Nerb noodle nerb nerb. Nerb noodle nerb. Alles klar. It's dangerous to venture outside of the squid's earth protection. Did you get your muffins from the bagel? I've heard that work like your HP. I don't know what that means though. Cause I'm just a squidlet. Okay. Oh oh, jetzt geht's los, oder? Ne, ist immer noch kein Feind. Don't I go, why don't I go to the spooky castle? Who else will drive Uplug spell-slingering pests away from good old Blisptown? Any Woodles? Off with you! Na gut. Schnecken! Ich glaube, ich habe die Schnecke getötet. Ist das ein Muffin? Ich glaube schon. Mensch, da ist es teilweise echt ein bisschen schwer zu erkennen, was los ist. Aber ich glaube, es wird schon. Ich muss einfach über alles springen und inken. Das ist auch mein einziger Angriff, den ich habe. Und gleichzeitig meine Fortbewegung. Es ist ein One-Button-Game. Naja, ich muss lenken. Das stimmt nicht ganz. Oh! Wie kann er nur? Das ist ein bisschen blöd, weil die meiste Zeit schießt man auf Gegner, die man gar nicht sieht. Bin ich nicht so perfekt. Und es ist wirklich... Es fällt mir sehr schwer in dem Spiel, was zu erkennen, ehrlich gesagt. Ich glaube, so war das früher auch, oder? Gerade auf dem Game Boy. Ich meine, bitte, wir hatten auf dem Game Boy überhaupt irgendwas erkannt. Wer hat jemals einen klaren, deutlichen Bildschirm überhaupt gesehen? Ohne Reflexion und so. Niemals. Irgendwer. Hat man mehr so aus dem Bauchgefühl gespielt. Ich erkenne auch nicht, was die meisten Gegner sein sollen. War das eine Maus mit einer Handel oder so? Oh oh. What? Das schlagen Blitze ein? Das Spiel ist total crazy. Oh, come on. Sind das Marienkäfer? Ich glaube schon, oder? Wer bist du denn? Ich erzähle meine Frau nicht, dass ich die Bäume fliehen kann. Okay. Ich finde es lustig. Schon irgendwie. Oh oh. Fledermars an der Decke. Oder Greifhaken. Ah ja, Greifhaken. Dieses ständige Auf- und Abscrollen mit den welligen Hintergründen macht mich richtig irre im Kopf. I'm adventuring to Blaspen. I done diddy heard they done have no squirt. Hä? Verstehe ich nicht. It's a squidlit merchant. Ach so, ja. Dann verstehe ich das jetzt. A squirt is a squidlit merchant. Agates don't ink on me. Habe ich leider schon gemacht. Sorry. It takes days to wash off. Why are you here? You say you're going to a castle? That's a long way away. Tell you what. My farm has been overrun by shark- sharker pillars and antnails. They hate squidlit ink. So if you could drive them all off, I'll give you the old hovercraft I used to use to get stuff from. Town. Ein Luftkissenboot, oder was gibt mir der, wenn ich hier die alle vertreibe? Und schau'n. Na dann. Ich hab überhaupt nicht erkannt, was der eigentlich, was der darstellen sollte. Irgendwie. Wow, das war riesig. Das ist also dieser Raupenhai, von dem ich so viel gehört hab. Die sind riesig und irgendwie witzig und bescheuert. Warte mal, kann ich auch auf Gegner drauf springen, ohne zu inken? Nein, das war grad nur einfach Glück. Timing in letzter Sekunde quasi so. Oh, come on. Das ist gemein. Oh oh. Da hat sich ein Raupenhai verpuppt. Da haben sich zwei Raupen... Werden jetzt zu Raupen... Äh, zu Haischmetterlingen. Zu fliegenden Haieriesenschmetterlingen. Ich find's total witzig und würde mir ein bisschen Angst machen. Aber ich wär sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn's fertig ist. Verdammt, die haben sich überall so Haie verpuppt. Okay, drei Gegner sind noch irgendwo, die ich noch finden muss. Oh, da ist ja schon eine geschlüpft. Hm. Vielleicht ist das der Boss. Irgendwo ging's in den Untergrund, glaub ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich ist da noch der... Da sind noch... Ah ja. Einer. Zwei. Ein Gegner fehlt noch. Dachte, irgendwo gab's noch ne Höhle. Ja, vielleicht ist der eine... Warte mal, was kann ich denn da heiden? Ach so. Nö, nö. Das passt schon. Warte. Ah, ich kann... Das ist nett. Ich kann den Kontrast einstellen. Im Grunde die Helligkeit des Bildschirms. Naja, gut. Unser heldenhafter Landsquid zog aus, um die Farm von Schnecken und Hairaupen zu befreien. Doch den letzten Gegner fand er nicht. Niemals. Ende. Ah, da ist er. Ist das so ein nettes Spiel? Irgendwie? Ich befürchte, jetzt kommt gleich der Haischmetterling, oder? Hooray! Thank you so very much! The hovercraft is yours! Don't worry about the sharkapillas! Cocoon! The adults breathe fire and spit acid! So I clear them before they emerge! Have fun! Ah, okay! Wer macht die fertig, weil sie... Oh ja, natürlich! Das war klar! Das hatten wir gerade schon, oder? Neues Spiel, ähnliche Spielmechanik! Sag mal, mach ich das richtig? Mach ich dem Schaden? Muss ich irgendwas anderes? Ah, okay! Gut, ich war mir nicht sicher! Und schon sind wir im Schloss! Game over! Durchgespielt! Oh oh, jetzt sind wir tot! Ne! Ich frag mich, was das darstellen soll! Ich... Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Halt! No squidlets allowed! In squid squad! God Emperor's Castle! Äh... Okay, dann versuchen wir das andere! But I'm a squidlet! Ah, stop making sense! Ah, da ist der Geist aus Animal Crossing wieder! Jetzt hat er seine fünf Seelen und dann kommt so ein Tintenfisch und irgendein voll und dann ist er tot! So kann's gehen! eigentlich... Eigentlich kann ich die Gegend auch irgendwie einfach stehen lassen, oder? Die meisten. Ich muss sagen, für meinen aktuellen geistigen, überarbeiteten Zustand ist das gerade genau das richtige Spiel. Yee, I hope a squidlet don't flitch my selkie while I sleep. We should spray for them more often. Okay, ich glaube, ich habe ihm jetzt einen Zellenschlüssel geklaut und kann jetzt hier Leute befreien. Der sieht so stark, das ist so, der sieht so aus wie eine relativ neue Mario-Figur. You never take me alive! Habe ich gar nicht vor. Was sind das irgendwie? Ich weiß nicht. Ich glaube, da sind Mäuse mit Sonnenbrillen, schwebenden Sonnenbrillen-Hanteln. Oh, thank goodness, I promise you never forget to say God Emperor after Squid Squad. Good Emperor's name again. Was? Thank you for releasing me. I saw Emperor Squid Squad brewing a dark magic potion, but I was discovered and she locked me in here. Please, you must help me stop her. I swept her key from a guard, but I wasn't the one to- But it wasn't the one to my sel. Maybe it will be open the gate over there. Yay, danke schön. Uh-oh. We need to go to the Royal Library in the Castle Town. There's a magic book there that contains most knowledge in Squid Squad's Empire. We need to find. We need it. We need it if we want to stop her. I'll meet you there. Moment mal, du bist mein Verbündeter oder wie? Ich dachte, wir sind Feinde. Ah ja. Okay. Gemein, 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 gemein. That's weird. Schade, ich dachte, man könnte hier vielleicht einfach das ganze Level überfliegen. Weißer aber nicht. Schön langsam kann ich bearbeiten, was ich da sehe. Mehr oder weniger. Auf dem Bildschirm. Assemble the guards. Awake the ancestral golem. We have orders from the god emperor. Not one squid lid passes. Was für einen irgendeinen uralten Golem erwecken. Ist das der nächste Boss? Das war nicht der Golem. Das war ein Marienkäfer. Ich bin zwar schon ziemlich erledigt, aber der Unterschied zwischen einem Golem und einem Marienkäfer. Oh-oh. Der Golem. Der hat eine Mütze auf. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt besiegen kann. Oh shit, was ist denn jetzt? Ich spuck da auch noch Feuer. Oh. Ah, und jetzt habe ich... Ich glaube, ich muss in seine Öffnung pupsen. Ah ja, zweimal in die Öffnung gepupst geworden. Yeah. Oh, hello. You're the squid lid that rescued me from the dungeon. Thank you. Thanks, Bungal. As long as you're here, can I tell you about my garbage theory. Um... Help a science. P-p-p-p-t? Ich weiß nicht, was das ist. Great. Garbage theory states that we live in an advanced civilization's garbage universe. Nifty, huh? Okay. Hey there. My name is... P-Rid-Hooten. I develop squid lid repellent. I'll give you muffins, if you let me test my last formulas on you. Um... Stranger danger. Ah, come on. It's not toxic, I swear. Okay, dann versuchen wir's. Bring it. Great. This one's made of peppermint and orange marmalade. Here it goes. Good boy. That's some good stuff. Come on. Come on back and get your muffin. Na gut. Scheint mögen squidlids keine orange marmalade und pfeffermint. What's happening? My groovy little cephaloport. Let's jam together. Das der Disco-Gegner wird so gern wissen, was das für Kreaturen eigentlich darstellen sollen. Ich erkenne da gar nichts. Erkennt ihr da irgendwas da drin? Ich verstehe es nicht. Uuuh. 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 Naja. Willkommen to the Wallop Polyp Café. Home of the finest vintage espresso in all the Castletown. Vintage espresso. Uuuh. Uralter. Also alter espresso quasi. Erlesener alter espresso. I'm your barista Rubicon. Say. Aren't you a bit too squidlit? To be drinking coffee? This spot has the best sun in town. So this is where I tend to the Wallop Polyp Café Garden. Hello there squidly one. Will you hear an old, odd, ob-oblux worries? Yes. We collect those crystals we used to control electricity after the rain from the sky. However, they only started falling about a century ago. They sure are useful, but I worry about our lack of knowledge of their origins. The giant antiklopedia we are looking for is titled Grimoire. I'll keep watching to make sure none of squid knights follow you. You squib on a head. Okay. Squalke's thorax. How does squidlit let in here? Äh, who does squidlit get in here? And how does squidlit... Yeah, yeah, yeah. You say you're looking for the Antiklopedia Grimoire? Hmm, that book is deep in the locked magical section. The problem is, the last time squid... What god emperor went in? She left the gate open. Now seven books has escaped. If you track them down and stop them, I'll open the gate for you. Your ink should blot out the spells on their pages, so they'll stop fluttering around... about. Okay. Ich muss Bücher beinken, damit ich die Magie auf diesen Büchern wegradiere, also übertünche, und dann sind sie nicht mehr lebendig und können nicht mehr rumfliegen. So wie das da. Ah, du gemeines Ding, du. Ein Buch haben wir schon. Da ist das zweite. Da fehlen noch fünf. Warum auf. Da hab ich vergessen, wie man spricht. Macht nichts. Wird überbewertet. komm her buch buch besiegt noch drei bücher eins habe ich da schon irgendwo fliegen sehen ja böses buch da waren es noch zwei ach so hier geht es los keine ahnung wie die anderen sein sollen da kommt er nicht mehr hoch da kommt er nicht mehr hoch ich glaube da bin ich noch nicht wirklich lang gegangen na dann auf zum personen mensch ding der uns die tür aufschließt weil wir alle bücher beinkt haben oder so ähnlich was ist es schon echt praktisch dass in dieser welt zufälliger weise tinte von mir die ultimative waffe gegen alles ist nur auf die man drauf springen ist leider ziemlich schmerzhaft das ist gemein das ist gemein ich finde es gerade irgendwie lustig wenn bei dem spiel wirklich die batterie ausgehen könnte weil da rechts oben die birne ist wenn man da irgendwie ein titel mit hätte und dann geht die batterie aus und dann muss man von vorne anfangen oder irgendwie so ein blödsinn oder irgendwie so ein blödsinn ich fände es super nervig aber es wäre witzig es wäre eher nervig und eine blöde Idee aber es wäre witzig dass es so skurril wäre wir können am schluss vom spiel so den countdown einbauen wie man in dem echten leben auch oft hatte dass die birne schön langsam ausgehen und man weiß nicht mehr wieviel zeit man noch hat und schafft man es noch Bin ich gerade in das Buch gefallen. Schafft man es noch, den Boss zu beenden, bevor es vorbei ist? Ah, ich muss den Text, wenn der aufgeht, muss ich reinspringen und den Text beinken. Dann nimm deinen Zauberstab und schießt auf mich. Alunke. Oh, schnell. Oh, damn. Damn. Nicht schnell genug Wesen erwart, der ich. Immer noch nicht besiegt. Oh, Text übersprungen. Nein. Garbage theory. Elfs, come on. Aha. There's the recipe for the potion Squid Squad's brewing. It says here that once completed, it erupts and covers the sky in the dark. Protective shell. I don't get it. Why do this? Because the sky is evil? Why, of course. Oh, wait. Come again? Either way, this will bolt out all the light. Corpse will wither. We must stop her. Aha. Here we go. Squidlit Ink will sabotage it. Great. You make that stuff. More or less continuously. Let's get you into Squid Squad's Archemy Lab. Oh, yeah. We could eat. Praktisch. And remember, is this frogish? Is this, this, this große Grashüpfer da, die Großmagerin? And remember, not a single Squidlit enters my keep. I, Squid Squad, God Emperor, commanded. Butcher, your glorious majesty. Okay, die Großemperorin da will den Himmel verdunkeln und keiner weiß warum. Hoof, poof. How can you jump the whole way, hoof, poof? What do they feed you, hoof, poof? Go on without me. Wie bist du? Achso, kann ich mit dem reden. I was told to be on the lookout for something called a Squidlit. Are you a Squidlit? No. Oh, okay, then. Will you tell me if you see one? Sehr gut. Ich bin kein Squidlit. So einfach ist das. Oh, oh. Der Muffin, Mann. Oh, nein. Achso, ja, ich verstehe. Gegner auf Schalter schicken, damit die für einen Türen öffnen. Au. Elektrozapfen. Hä? Können wir das denn jetzt nicht öffnen? Oh. Oh, wenn ich ihn da unten drucke, freut er sich. Ah, das ist aber nett. Aber trotzdem komme ich nicht schnell genug durch. Doch der drückt das schon, aber nur sehr kurz. Aber das reicht irgendwie nicht. Ja, wie kommen wir jetzt da durch? Ich kann dem, glaube ich, auch nichts tun, dem Ding. Ah, doch. Jetzt liegt er drauf. Aha. Okay. Wie soll denn das jetzt gehen? Ah, warte mal. Bestimmt ist da ein Gegner, oder? Den ich anlocken kann. Nö. Da oben war ein Gegner. Den habe ich gekillt. Ah, komm her. Genau. Ich brauche nicht komischer Schleim-Augen-Gegner. Beim Augen-Gegner. Oh, komm. Jetzt wird es ja schon fast hier ein bisschen... Ähm, naja. Fast schon leicht Adventure-Züge hier. Naja. In der Crystal Ball, du siehst, etwas aus dem Skye fallen. Aber du kannst es nicht rausnehmen. Also es ist wahrscheinlich ein load of Hoey. Hoey. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es leider nicht. Am besten, kurz bevor du den letzten Boss besiegen kannst, geht dann die Batterie aus. Genau. Genauso stelle ich mir das vor. Okay. Aye, Squid Squad. God, Emperor! Ich bin surprised. A Squidlet könnte das so weit kommen. Leave! For you ink everything up, like you're kind, too. Uh, why you do this? You see, I gotta do the things to the thing before the thing. Bah! A Squidlet like you would never be able to understand. I, Squid Squad, God, Emperor, will defeat you. Au. Na gut. Dann gehe ich heute da unten mal in Plan. Oh oh. Ich bin gerade gestorben. Der nimmt mir meine Muffins weg und isst sie. Was ist denn da los? Ich weiß wirklich nicht, dass ich die besiegen soll. Kann ich recht die Schüsse inken? Nee. Da unten ist ein Gegner. Der ist wahrscheinlich irgendwie wichtig. Ah, ich muss ja nur in den Trank inken, oder? Das schaffe ich, glaube ich. Das schaffe ich. Da bin ich schnell genug. Hoffe ich. Ah ja. Ich verstehe, wie du funktionierst, Boss. Komm her. Ah, jetzt war ich nicht schnell genug. Das kann ich vergessen, oder? Funktioniert. Cool. Ach so, ich habe den nicht an die Kante gelockt vorher, oder? Das war das Problem. Aha. Wahrscheinlich war das der geheime Plan. Ich habe es gewusst. Jetzt wird der Himmel erst verdunkelt, weil in Wirklichkeit war die Tinte das letzte fehlende Zutatendingie. was habe ich getan hat? Foolish Squidlet. Ha ha. Es ist in meinen Augen. Confound your ink. I'll rue the day you'd cross Squid God God Amp. Oh man, that stinks. Okay, anscheinend war das doch nicht sein Plan. Irgendwie brennt es in seinen Augen. Es tut mir leid und ich umarme ihn. Und jetzt wird sein Herz erweicht. Oder so. Danke. Thank you. Hier, I have a faster way for you to get home. Das wäre ein cooles Ende. Doch gespielt. Ist es nicht wirklich ein cooles Ende, dass ich dem Boss seine teuflischen Pläne vermassel und so weiter und so fort? Und dann sagt er schon Nein, und Hilfe, wie furchtbar und das ist traurig. Und dann sagt man Entschuldigung und umarmt ihn. Und dann sagt er Danke, ist schon gut. Ich schicke dich jetzt heim. Ende. Alles Ende. Das finde ich gut. So sollte alle Spiele ausgehen. Squid Squad. Jetzt bin ich schwarz. Jetzt nicht mehr. Na gut. Die End. Fragezeichen? Nein. Kein Fragezeichen. Es ist wirklich die End. Fragezeichen? Es ist wirklich die End. Okay. Das war Squid Lit. Durchgespielt. Speedrun. Das wäre ein Spiel. Aber das wäre ein Spiel. Das könnte man lernen zum Speedrun. So als Einstieg. So ein kleines Spielchen. Nicht so kompliziert. Gibt es wahrscheinlich nicht sehr viele Speedstrats, die super kompliziert und schwer sind. Das könnte man machen. Ich trinke jetzt mal gemütlich eine Dr. Pepper, bevor wir mit dem nächsten Spiel anfangen. Ja. Für ein 99 Cent Spiel ist es eigentlich eigentlich sogar sehr gut. Für ein 99 Cent Spiel ist es eigentlich sehr gut gewesen. Das muss man schon sagen. Ich habe schon ein paar Sachen für 99 Cent für die Switch gekauft. Hauptsächlich aus kuriosem Interesse. Und da ist viel Schrott dabei. Und das ist wenigstens ein nettes Spiel. Da kann man nichts sagen. Ich meine, es funktioniert. Und der Gameboy Charme wird tatsächlich ganz gut eingefangen. Auch von der Musik her. Wenn man nach unten drückt, dann freut er sich so. Das allein ist schon toll. Diese Animation. Fertig gut. Ach ja. Mit was machen wir denn jetzt weiter? Ich kann euch mal zeigen, was ich hier noch auf der Switch vorbereitet. So. Oh ja. Thronebreaker. The Witcher Tales. Ein Witchers Spiel. Ähm. Das handelt nicht von Geralt, sondern von einer Königin der nördlichen Königreiche und ihren Abenteuern. Ähm. Es ist voll vertont so viel. Ich weiß. Man redet sehr viel. Es ist ziemlich Adventure-mäßig. Und die Kämpfe werden mit Gwent-Gefechten ausgefochten. Da hab ich Bock drauf. Dann hab ich Deep Diving Adventure. Ein Tauchspiel. In dem man unter Wasser Rätsel löst und so archäologisch unterwegs ist und Fische reinigt, die verschmutzt sind. Dann hab ich natürlich Doom 64. Weil heute ist Doomstag. Heute ist Doom Eternal erschienen und ich hab mir gedacht, wenn wir schon kein Doom Eternal haben, dann haben wir wenigstens Doom 64. Dann hätte ich noch Bridge Builder Adventure. Quasi ein Bridge Builder Spiel. Ganz normaler Bridge Builder, wie man das kennt. Nur, dass man eben äh, gewisse Missionsziele erfüllen muss, damit sein Goblin irgendwie in den Minen weiterkommt oder so. Keine Ahnung. War ein sehr billiges Spiel. Hab ich mir gedacht, kann man nichts falsch machen bei Bridge Builders. Dann hätte ich noch Deep Sky Derelicts. Sowas wie Darkest Dungeon im Weltall. Dann ja Super Destronaut hab ich mal kurz angetestet. Das ist irgendwie nicht so. Dann hätte ich noch Awesome P. Keine Ahnung, was das ist. Rise of Insanity sieht gruselig aus. Nicky the Hovalon Golfball. Keine Ahnung. Bloodbreed. Ich hab keine Ahnung. Sector. Ich hab keine Ahnung. Echo. Ich hab keine Ahnung. Das sind Keys, die ich bekommen habe. Ich hab keine Ahnung, was das für Spiele sind. Warlock 2 God Slayer. Ich hab keine Ahnung. Aber das sind Sachen, die wir uns vielleicht heute, beziehungsweise, doch stimmt heute, ist schon nach zwölf, heute noch anschauen werden. Das sind so die kleinen Switch-Spiele. Und dann hab ich da natürlich noch Dragon Quest 11. Das ist natürlich Okay, ich weiß, was wir jetzt... Ah ja, und dann... Ach ja, das war noch gar nicht alles. Hi, der echte Tobi. Ich hab's vorher schon gelesen, dass du dumm 64 Grad spielst, Katka. Und dann hab ich natürlich noch Maxtomania Force, denn in jedem 24-Stunden-Stream gibt's natürlich immer die Riesen-Roboter-Garantie. Und das ist diesmal unser Riesen-Roboter-Spiel. Das ist im Grunde einfach nur so ein kontraartiger Boss-Rush im Grunde. Ein Boss nach dem anderen. Mehr ist das nicht. Das könnte ganz nett sein für ein paar Stunden oder zumindest eine Stunde. Hamsterdam wollte ich euch mal zeigen, weil Hamsterdam ist so bescheuert, dass ich's witzig finde. Dann hab ich noch Grip, falls wir in Future Racer spielen wollen. Und Picto Quest, wenn ich morgen die letzte Stunde einfach echt nicht mehr irgendwas auf die Reihe krieg. Ich hab keine Ahnung, was Goblin Sword ist und ich hab keine Ahnung, was Ex-Order ist. Aber das hätten wir auch noch. Und für die PS4 hätte ich dann eben noch Dreams wieder vorbereitet. Aber da gibt's vielleicht inzwischen einige interessante neue Kreationen, wo man einfach so ein bisschen durchskippen kann. Ich hab mir gedacht, Dreams ist glaube ich echt nicht schlecht für den 24-Stunden-Stream, weil's einfach super abwechslungsreich ist. Und man einfach so ein Spiel nach dem anderen so wegspielen kann. Und das ist immer was ganz was anderes. was. Und das ist immer